Wir alle müssen jeden Tag essen. Unser Körper braucht das Essen für die lebenswichtigen Funktionen, zum Beispiel auch zur Energieaufnahme, damit wir beispielsweise arbeiten können. So essen wir zum Frühstück etwa Müsli mit Haferflocken, Nüssen und Obst. Mittags essen viele Menschen Nudeln oder Kartoffeln und abends gibt es dann Brot oder Salat. Aber natürlich essen wir noch vieles mehr, so auch mal gerne eine leckere Waffel oder ein Stückchen Schokolade. Doch was steckt da alles drin? Welche lebenswichtigen Nährstoffe liefert uns unsere Nahrung? Einer der drei Hauptstoffe sind die Kohlenhydrate, welche zum Beispiel vermehrt in Brot, Nudeln oder Kartoffeln vorkommen. Sie bestehen größtenteils aus Zuckermolekülen und dienen primär der schnellen Energiebereitstellung. Auch Fette erfüllen zahlreiche Funktionen in menschlichen Körpern, wie etwa Energiespeicherung oder der Schutz vor Kälte. Sie finden sich beispielsweise in Samen, wie Leinsamen oder Sonnenblumenkern, aus welchen unter anderem Öl gewonnen wird, aber auch in anderen Produkten, wie Margarine. Der dritte Hauptstoff sind die Proteine. Hähnchenfleisch ist bekanntermaßen eine gute Proteinquelle. Aber auch Eier, Nüsse oder Hülsenfrüchte und viele andere Lebensmittel beinhalten reichlich Proteine. Eine wichtige Aufgabe ist der Muskelaufbau oder der Aufbau von Enzymen und Hormonen. Neben diesen drei Hauptstoffen sind auch die Vitamine essentiell. Diese haben ganz verschiedene Bestimmungen im Körper. Obst und Gemüse enthalten viele Vitamine. Vitamin C als Beispiel kommt vergleichsweise viel in Obstsorten wie Birnen oder auch Zitrusfrüchten vor und ist insbesondere für das Immunsystem wichtig. Ballaststoffe sind unter anderem wichtig für eine gute Verdauung und sorgen für ein schnelles Sättigungsgefühl. Um Ballaststoffe aufzunehmen, empfiehlt es sich unter anderem Vollkornprodukte oder auch Haferflocken, Hülsenfrüchte und Pilze zu essen. Außerdem nehmen wir mit der Nahrung Mineralstoffe auf, welche sich in Mengen- und Spurenelemente unterteilen lassen. Eines der bekanntesten Mengen-Elemente ist Kalzium. Entsprechende Lebensmittel hierfür sind Petersilie, Mangold, Milchprodukte oder Sesam. Die zweite Gruppe der Mineralstoffe bilden die Spurenelemente. Eisen ist das am häufigsten vorkommende Spurenelement in unserem Körper und ist für den lebensnotwendigen Sauerstofftransport im Blutkreislauf verantwortlich. In Kohl befindet sich besonders viel Eisen, sogar mehr als in rotem Fleisch. Aber auch Kürbiskerne oder Linsen sind recht zuverlässige Eisenquellen. Jetzt wissen wir, welche Inhaltsstoffe für eine ausgewogene Ernährung relevant sind. Im Rahmen unserer Englandreise lernten wir verschiedene Systeme der Agroforstwirtschaft kennen. Dies sind Landnutzungssysteme, bei denen verschiedene Produkte auf einer Fläche kombiniert angebaut werden können, wodurch sie zahlreiche der wichtigen Nährstoffe für uns Menschen liefern. Strukturen wie diese können neben einem breiten Spektrum an produzierten Nahrungsmitteln auch zahlreiche Vorteile für Boden, Mikroklima und Biodiversität mit sich bringen. Jetzt wollen wir uns aber mit den erzeugten Produkten beschäftigen. Dafür betrachten wir einige Flächen der Maple Farm Kellsail, welche sich im Westen Englands befindet. Dort werden nach und nach Agroforstsysteme angelegt, wobei sich an den Erfahrungswerten der Wakelands Farm orientiert wird. Mike Mallett legt Agroforstflächen an, die nach der Art des Alleycropping bewirtschaftet werden. Typisch dafür sind die Kombinationen aus parallel zueinander stehenden Baumreihen, die auf Ackerland angebaut werden. In den 5,5 Meter breiten Baumstreifen stehen vor allem Pioniergehölze, die der Biomasseproduktion dienen. Neben diesen schnell wachsenden Gehölzen, wie zum Beispiel Pappel, Birke und Erlen, wurden auch Obst- und Nussbäume angepflanzt, um nach ihrer abgeschlossenen Jugendentwicklung zusätzlichen Ertrag zu bringen. So baut Mike Mallett auf seiner Farm Walnüsse, Kastanien, Haselnüsse und Mandeln an, welche uns reichlich Fette und Proteine liefern können. Außerdem hat er verschiedene Obstsorten in seinen Baumreihen etabliert. Hier finden wir wilde Kirschen, Holunder, Kirschflaumen, Wildäpfel und wilde Birnen. Diese sind in der Regel reich an unterschiedlichen Vitaminen, beinhalten wichtige Mineralstoffe und liefern Energie in Form von Fruchtzuckern und anderen Kohlenhydraten. Auf der 24 Meter breiten Ackerfläche zwischen den Bäumen wechseln sich jedes Jahr verschiedene Feldfrüchte ab. Eine der Fruchtfolgen, die Mike Mallett auf seinen Feldern anbaut, setzt sich aus den Fruchtfolgegliedern Winterweizen mit Klee als Untersaat, Ackerbohne mit Weizen als Untersaat und der Sommergerste ebenfalls mit Klee als Untersaat zusammen. Im vierten Jahr der Fruchtfolge wird keine Kultur zur Lebensmittelproduktion angebaut. Stattdessen wird die Leguminose Wicke gesät, die in der Lage ist, in Symbiose mit Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Atmosphäre im Boden zu speichern. Sie wird durch die Beweidung mit Schafen genutzt. Die Getreidearten liefern insbesondere viele Kohlenhydrate und Ballaststoffe für die menschliche Ernährung. Die Bohnen, am meisten weiße Bohnen, liefern darüber hinaus viele Proteine. Die mobilen Hühnerställe auf der Farm werden in regelmäßigen Abständen versetzt. Dies sorgt dafür, dass alle Flächen von den Ausscheidungen in Form von Düngung und Humusaufbau profitieren und keine zu große Belastung auf einem Standort stattfinden kann. Sie werden also in längeren Abständen in die Fruchtfolge integriert. Durch den großen Auslauf können die Hühner ein artgerechtes Verhalten ausleben und die Baumreihen bieten ihnen Schutz. Die Eier der Hühner werden unter anderem in dem hofeigenen Laden vermarktet und stellen eine wichtige Proteinquelle dar. Diese Flächen ermöglichen also eine breite Produktpalette und liefern vieles von dem, was wir in unserem Leben brauchen. Zudem können sie einen großen Mehrwert für die Biodiversität leisten. Nun wollen wir noch ein weiteres Ablaufforstsystem in Form eines essbaren Waldgartens betrachten. Dafür haben wir Martin Crawford im Süden Englands besucht, wo er seit 1994 einen 0,85 Hektar großen Waldgarten aufbaut und strukturiert. Ein Waldgarten unterscheidet sich von der Struktur eines L.A. Cropping-Systems dadurch, dass ausschließlich mehrjährige Pflanzen angelegt werden, die sich selbstständig erhalten sollen. Außerdem gibt es keine Trennung zwischen Ackerland und Baumstreifen. Waldgärten können sowohl Pflanzenarten zur Nahrungsmittelproduktion als auch für die Erzeugung von Rohstoffen beinhalten. Im Waldgarten befinden sich verschiedene Schichten, die von Bäumen, Gehölzen, Stauden, bodenbedeckenden Pflanzen und Pilzen geprägt sind. In der Baumschicht stehen Pioniergewächse, wie die herzblättrige Erle oder Weiden, aber auch Nadelgehölze. Außerdem wachsen hier Nuss- und Fruchtbäume. Zu den häufigen Arten zählen Mispeln, Apfel- und Pflaumenbäume. Die Früchte der Mispel enthalten insbesondere viele Ballaststoffe und in großen Teilen Vitamin C und E. Von der Edelkastanie, der Butter oder Pimpernuss lassen sich die Nussfrüchte ernten. Die Nüsse liefern eine große Menge an wichtigen Mineralien wie Calcium, Magnesium und Eisen und sind kohlenhydratreich. In dieser Schicht stehen ebenfalls Winterlinden, die zur erleichterten Ernte klein gehalten werden. Die jungen, weichen Blätter lassen sich roh oder im Salat genießen und auch die Blüten lassen sich als Heilprodukt verarbeiten. Außerdem wachsen dort chinesische Surenbäume, von denen sowohl die jungen Triebe als auch die weichen Blätter gekocht oder zu Gemüsebrühe verarbeitet werden können. In der Strauchschicht wachsen Holunder, Beeren und Mini-Kiwis, von denen ebenfalls die Früchte mit hohem Vitamingehalt geerntet werden können. Die Himbeere hingegen ist ein Allrounder, da sich die meisten Pflanzenteile zu Nahrung verarbeiten lassen und einen hohen Mineralstoffgehalt aufweisen. In der Bodenschicht sind viele mehrjährige Kräuter, Stauden und Farne vorzufinden. Um den Boden ganzjährig bedeckt zu halten, eignen sich vor allem immergrüne Pflanzen. Dort wachsen Funkien, von denen sich im Frühling die jungen Blätter und Blüten im Salat oder Tee verarbeiten lassen. Auch gedünstet schmecken sie gut und liefern viele Kohlenhydrate und Vitamine. Im Spätwinter bis Frühling sind dann die jungen Triebspitzen des Straußenfahnen genießbar. Diese sollten jedoch nicht roh verzerrt werden. Außerdem finden wir hier einige Pilze, die auf Totholz und in feuchteren Zonen wachsen. Zu den essbaren gehören zum Beispiel die Austernseitlinge und Shiitake-Pilze. Der Zwergbambus gilt ebenfalls als Bodenpflanze. Durch seinen schnellen Wuchs fällt viel Biomasse an. Die jungen Bambussprossen und Schösslinge mit einer Größe von 25 cm lassen sich ähnlich wie Spargel verarbeiten und enthalten neben vielen Vitaminen hauptsächlich Wasser. In guten Sommermonaten kann es bis zu zwei Ernten im Monat geben, um nur einige der zahlreichen Pflanzen in Martin Crawfords Waldgarten zu beschreiben. Nun haben wir zwei der vielen verschiedenen Agroforstsysteme vorgestellt und welche Beiträge sie zu unserer Ernährung rein von ihrem Pflanzenpotenzial liefern können. Doch inwieweit können sie unsere Ernährungssicherheit gewährleisten beziehungsweise zu dieser beitragen? Systeme mit einer mehrschichtigen Struktur, ähnlich wie in dem vorgestellten Waldgarten, weisen durch ihre große Vielfalt an Flora und Fauna ein breites Produktspektrum auf. Jedoch bereitet die große Artenvielfalt auch einen hohen Ernteaufwand, der sich aufgrund der heterogenen Struktur maschinell nicht erleichtern lässt. Dadurch ist relativ klar, dass solche Systeme nicht mit anderen maschinisierten Landwirtschaftssystemen in ihren Erträgen pro Pflanzenart mithalten können. Zudem sollte ein Waldgarten nach Martin Crawford eine Mindestgröße von einem Hektar betragen, damit alle Pflanzen ihren Platz finden und von dem System profitieren können. Aber auch hier ist schnell ersichtlich, dass eine Flächengröße nicht beliebig maximiert werden kann, da der organisatorische Aufwand und die Komplexität stetig zunehmen würden. Ein Waldgarten eignet sich daher insbesondere in Kombination mit anderen landwirtschaftlichen Systemen, um Lebensmittel wie Obst und Gemüse sowie verschiedene Heil- und Genusspflanzen lokal zur Verfügung zu stellen. So können an Städte angelagerte Waldgärten sowohl Mikroklima und Lebensqualität erhöhen, als auch die Menschen durch ihr eigenes Mitarbeiten wieder näher an die Lebensmittelproduktion führen. L.A. Cropping-Systeme hingegen finden sich sowohl in biologischer als auch konventioneller Landwirtschaft wieder und ermöglichen eine maschinelle Bearbeitung, weswegen sie auch im großen Stil eingesetzt werden können. Die Baumstreifen liefern ihren Ertrag erst nach einigen Jahren, sodass zu Beginn höhere Kosten anfallen und auch Aufwand und Pflegekosten sind vergleichsweise zu einem reinen Ackersystem höher. Doch mit einer höheren Diversifizierung an Produkten steigt die Chance, im Falle von Missernten weiter Lebensmittel vermarkten zu können. Außerdem müssen die Vor- und Nachteile für Boden- und Mikroklima stets mitbeachtet werden, welche ebenfalls Auswirkungen auf das Ertragspotenzial haben und häufig stark standortabhängig sind. Abschließend lässt sich sagen, dass es viele unterschiedliche Systeme gibt, welche alle zu der Ernährungssicherheit beitragen können. Eine hohe Diversifikation an Systemen, angepasst an die standörtlichen Bedingungen und Wünsche, kann wichtig für eine nachhaltige und gesunde Ernährung sein. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020